Herzlich willkommen im Jumptom Linz! Damit dein Ausflug unvergesslich wird, gibt es jetzt die wichtigsten Regeln auf einen Blick. Versperre deine Wertgegenstände im Spind, indem du den gleichen vierstelligen Code zweimal eingibst. Deine Trinkflasche kannst du in die Ablage vor den Gates stellen, aber bitte nicht mit auf die Sprungfläche nehmen. Deine Sprungzeit startet, sobald du die Fläche betrittst. Bitte aber immer einzeln durch das Gate gehen. Behalte deinen Sprungzeit im Auge und verlasse selbstständig die Halle, wenn die Zeit vorbei ist. Vergiss nicht, dich aufzuwärmen, bevor du mit dem Springen loslegst. Aus Sicherheitsgründen springt bitte immer nur eine Person pro Trampolin. Kenn deine Grenzen und springe nur im Rahmen deiner Fähigkeiten. Das Laufen und Fangenspielen ist aus Sicherheitsgründen auf der gesamten Sprungfläche untersagt. Bitte beachte die Einbahnregelung im Bounce Parcours und spring immer in die vorgegebene Richtung. Klettere nicht auf die Wand und springe mit den Füßen voran hinunter, sondern probiere den Wall Run, also die Wand hochzulaufen. Laufe nicht quer über den Airbag, sondern außen herum. Im Airbag sowie in der Spitzengrube landest du am besten im Sitzen oder am Rücken. Nach dem Sprung bitte zügig hinausklettern. Klettere bitte nicht die Trampolinwände hoch und halte dich an den grünen Polstern fest. Auch beim Ninja Warrior Parcours gilt, nach dem hineinfallenden Bereich sofort verlassen. Jetzt seid ihr optimal vorbereitet. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Bis bald, wir sehen uns im Jump Dome. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020